Ui, ui, ui Hm, jetzt hier hin, na schön So Äh, hä? Oh, was soll denn das? Hä? Na, was auch immer Okay, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Was haben wir hier? Nix, okay Hm Na schön Ach, der ist schon wieder Okay Oh, ein scheiß Zwischenpass Dann kann ich jetzt rechnen können zu nehmen, wenn du hier noch mit meinem Zwischenpass bist Der auch noch mehrmals aufmacht, genau Brügel ihn weg Schaut auf dieses Vieh So, der ist weniger, okay Oder was soll das hier? Oh man Okay, wie viele Lebensanzeigen hat denn der, bitte? Okay, what the fuck Was ist so denn für einer? Gut, jetzt war ich noch nicht noch diese Taktik hier Hat kaum noch leben Und es funktioniert gut Okay, wie viele hast du noch? Nein, 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 nicht hauen Das ist nicht gut Ich muss nicht mehr ziehen Was bist du denn? Doch, gar nicht weg Ah, ich bin doch Okay Okay Na, wir sind jetzt mal Au Ich konnte ihn nicht sehen What the fuck Ach komm, geh drauf Und er aus Ich muss jetzt mal Okay Die letzten Lebensanzeigen What the fuck So, Schluss jetzt Frohe Leben Dankeschön Vielen Dank Was, ich glaube Aber das ist ein Feiner Okay Das hat mir auch überlebt Wo sind denn hier die? Die unheilige Flamme steht für das einst dicke Begehren ihrer Opfer Okay Man, dann ist ja nichts mehr Bloodgoat, ein hochrangiger Dämon des Ziegenclans Dessen Körperblut rot ist Als ob sich spudelndes Blut darin spiegelt Okay Hm Kräftig und wendig Aha Mit 1000 Lebensbalken Interessant Hm So Okay Was haben wir denn hier noch? Truck Was soll da drin? Soll er durch die Tür Okay Soll hier durch Level 4 Okay, gut Ich hoffe, wir haben nichts verpasst hier So So Nimm das Das hätten wir ja Jetzt 4 Leute Okay, da muss sowas hier auch hin Kurzer Prozeeeeen Kurzer Prozeeeeen So So Ich war ein guter Kampfschwein Das wäre so interessant Moment, weg von der Mitte So Gut Was hätten wir Hm Interessant So 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 Dankeschön Und Na ja Cool Wieder ein bisschen größer Der Balken Wird immer größer So soll es sein Okay Das war ein Sekretraum Muss ich denn hier durch? Oh Was soll ich denn hier tun? Soll ich erst in die Luft jagen? Was soll soll hier hin? What the fuck? Ein Panzer-Dämon Ernsthaft Ist das denn ernst? Ist ein infested Tank Willst du mich verarschen? Keiner Hm Okay So willst du verwegen? Lass es mal lieber Hm So So Da 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 Are you ready? I've been ready So Die Combo Die Combo hört mich auf Showtime Ich gehe immer weiter Bewege dich nicht Der Combo ist noch nicht zu Ende hier Stilvoll Genau Dankeschön Du hilfst mir Mit der Combo Jetzt wir verarschen Okay Kacken aber ganz schnell So Mach um Rollen 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 So Tag 2 Du hast die Combo gestört Schauen wir Schauen wir das jetzt Ohne Störung Ohne Störung Ohne Störung So Are you ready? Showtime Und wir geht's noch weiter Na Wie geht's noch weiter? Ist schon vorbei Showtime Ist alles Okay Interessant Hm Aber ernsthaft Meint ihr das ernst? Panzer Dämonen Okay Warum nicht? Warum nicht? Wann ist er für alles So oft Nicht? Hm Okay Moment Das will ich jetzt mal lesen Was sind das denn für Gegner? What the fuck? Infested tank Von infestant Besessen Was ist denn Infestant? Was ist das denn Mit Dämon? Was? Panzerung gegen jeden Angriff Gefeit Okay Ist ja toll Was ist das hier für eine Tür? Hui Ist nichts Okay Kein Sekret Kein Sekret Ach da ist ja noch einer Komm mal her Komm mal her So Bam 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 Wir haben ja die Zeit Bingo Bingo Time Are you ready? Jetzt ist der Showtime Moment Gleich geht's los Showtime Jetzt beginnt's Der Battle des Jahrhunderts Selbst der legendäre Kampf gegen Mundus Wann ist der episch Wie das hier So Das überbietet alles Unfass Ist ja vorbei Und Jetzt Geschafft So Was haben wir hier unten? Aha So Hab ich eingesammelt Und was kommt jetzt? Jetzt kann ich hier rüber Okay Warum nicht? Was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn da oben? Was soll denn das hier? Kann ich einfach so hin? Okay Von da kam ich Oder nicht? Das war was anderes Moment Was haben wir denn hier noch? Wir gehen an Sekret Hier kann ich nicht weiter Okay Dann mach zurück Hm Kann ich hier was tun? Sekretraum Level 5 Okay Was kommt hier? Blutziegen Booyah Interessant Okay Sollte ein bisschen Ausweichen hier So Noch mehr Da Ein bisschen Nichts Ich weiß Ich weiß Das ist Und das ist das ist Ausweichen Das ist Es Ich weiß Ich weiß Ich weiß haben Das ist Das ist Ich weiß Das ist Das war ja wirklich. Ah, was passiert hier? Nimm das. Kurzer Prozess. Bam, bam, bam. Bam und tschüss. So, das hätten wir. Ja, wir sind es geschafft. Schön. So. Das hier noch mitnehmen. Und das hier. Dankeschön. Na gut. Das war das. Sekretraum Nummer 5. Na gut. Dann mal hier weiter. Hui. Hui. Sind ja noch mehr Tanks. Und da. So. Schön. Und hier. Und was jetzt? Runter. Okay. Warum nicht? Und jetzt? Was ist jetzt hier oder da? Äh, bei was? Okay, hier ist nix. Hm. Na schön. Hm. Ja gut. Was haben wir denn hier? Ah, wieder so eins. Und was haben wir? Offense, Offense Herd. Mit dem Herzen eines kampflosigen Kriegsgottes. Okay. Klingt interessant. Verstärktige Angriffskraft im Devil Trigger Modus. Okay, gut. Immer hier damit. Schön, schön. Und was jetzt? Was denn jetzt? Zurück. Oder wie, oder was? Kommen wir überhaupt zurück? Nee. Was denn jetzt? Oh, geht's weiter? Hier ist nix. Okay. mit Wäsch. Hier rauf. Hier rüber. Ach so. Hm. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Okay. Ähm. Okay, was jetzt? Muss ich einfach da rüber springen? Okay, nicht. Jetzt bin ich eigentlich fast gespielt. Was? 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 In feste Chopo. What the fuck? Sonnen-Gas. Sonnen-Gas. Ich bin jetzt weggeflogen. Komm her. Wo bist du hin? Seh dich nicht. Da bist du. Okay. Immer weiter ballern. Immer weiter. Aber what the fuck? Warum hört's? Chopper-Dämon. Helicopper-Dämon. Oh, was ist das mit dem Sound? Oh, das war wie... Äh. Was jetzt? Da weiter. Okay. Interessant. Was haben wir denn hier? Das ist nix. Was haben wir hier? Das ist auch nix. Hinter der Treppe. Komme ich nicht mal hin. Okay, was erwartet uns hier? Ui. Aha. Haben wir hier was? Nichts. Hm. So. Okay. Hier ist nix mehr. Da-da-da-da. Hm. Okay. 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 Das ist nix. Okay. Dann mal. Hier hoch. Sobald Dante es schafft. Gut. Hat's geschafft. Und versaut alles. Was nix. Wieder so'n scheiss Chopper. Okay. Wo bist du? Hm. Da bist du. Okay. Hm. Das ist aber echt interessant. Okay. Das Ding steigt. Ich muss höher gehen. Dante. Du musst höher. Dankeschön. Gut, dass du mich gehört. Das Ding da steigt. Wir müssen weiter nach oben. Gehen wir weiter nach oben. So. Einmal Sofa-Alon. Wir müssen die Rau noch loswerden. Okay. Das Ding steigt. Immer mehr. Hä? Was? Hier war gar nix. Wird's mich verarschen? Ah. So. Oh, das wird jetzt ein Scheiss. Mit Dantes Sprungkünste. Das schafft er nie. Oh, er hat's auch geschafft. Und der Soundbock wieder. Ist ja toll. Geh, wir müssen weiter nach oben. Weiter nach oben. Dante. Dankeschön. Weiter nach oben. Immer weiter. Dankeschön. Nee, nee, nee. Lass es mal. So. Okay, haben wir's jetzt. Jetzt zieh auf ihn. Boah, wir haben's geschafft. Wir werden. Okay.